Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Games. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Lord of the Ring. Viel Spaß. Okay, da sind wir schon wieder. Und ja, was soll ich zu unserer Basis sagen? Die Pferde, die ich erobert hatte, sind alle weg. Links herum sind Feinde. Also, wir sind hier in einer richtig miesligen Lage, würde ich sagen. Dann betreten wir mal meine Basis. Ich nehme das Geld ab, noch mehr Gold. Ach, 5 Meils. Gehen wir mal zur Apotheke. Habe ich hier jemanden zum Heilen? Habe ich nicht. Habe ich überhaupt Leute? Meine kleinen Zwerge. Wo seid ihr? Da sind sie. Erstmal was bauen hier. Haupt-Halle, Kaserne. Kaserne drehen. Batscher war schnell. Ausbilden. Gut, haben wir das. Oh, schön. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich meine anderen Accounts nicht weiterspielen kann. Ich denke mal, die wollen alle zerstört von den anderen. Das ist bestimmt die traurige Wahrheit. Und die wollen mich jetzt zerstören. Mal wieder. Weißt du, sowas vertraue ich. Können die das denn machen? Einfach mich so zu zerstören. Ich verstehe das nicht. Ich habe noch keine Münze. Aber hier gab es auch eine Truhe umsonst. Ist das hier die... Ah, hier ist sie. Okay. Okay. Einfordern. 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 Ah, hab ich den auch dran geschickt? Bei aufs gleiche Feld. Jo, bei aufs gleiche Feld. Man bin ich bei Nahen. Verteidigung 5. 2000. Das schafft er hier auch. Oh, ne. Das schaffe ich nicht. Aber den krieg ich hin. Aber den krieg ich hin. Das schafft er. Das schafft er, das nicht. Das schafft er. Das schafft er. Das schafft er. Nochmal. Machen wir gleich. Erstmal, er braucht Verstärkung. Verstärkung. Naja, okay, viel kommen da ja nicht dazu. 33 Leute, egal. Er braucht Verstärkung. Oh, da kommen ein bisschen mehr. 403 Leute. Kapitel 3 ist auf jeden Fall abgeschlossen. 500 Soldaten erhalten. Da. Da muss ich hin. Okay. Plündern. Dann stelle ich das mal mit den Kleinen. Das Plündern werde ich leider nicht schaffen. Der ist 9600 stark. Da gehen wir einfach über die Leute rüber. Kapitel 4 haben wir auch schon ein paar Sachen fertig. Da sind wir dabei. Das haben wir noch. Da oben, der Geldbeutel. Was ist da noch drinne? 3.000 Gold. Das ist gut. Das ist gut. Ich gehe noch mal hier rein. Ich gehe noch mal hier rein. Ach, der Baum ist schon fertig. Ich war mal wieder so lange. Level 1. Okay, es geht erst weiter bei Level 4. Der Halle. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Und 10. Und hier geht es weiter bei Stufe 4. Der Stufe 3. Das geht es weiter bei Haupttuch Stufe 4. Okay, okay, okay. 20 Sekunden. Oh, dich kann nicht. Hä? Egal. Apotheker hat was zu tun. gut ich glaube wir haben das nächste kapitel fertig, erst einmal die taverne besuchen, dann machen wir das doch entsendet gleich sind wir soweit 9000 schaffe ich nicht, daneben 19.000, nicht ganz, und die Burg? so, wir wollen die Burg angreifen, wenn ich es kann schauen wir gleich mal hey, kapitel 5 abgeschlossen, jetzt kommt äh, jetzt kommt kapitel 5 eine runde ausgehen, dann kriegt man neue aufträge der ist noch gerade unterwegs, später kapitel 5 abgeschossen jetzt kommt kapitel 6 ich soll die hauptteile aufwerten, mache ich wenn ich kann auch schon alles fertig kapitel 6 fertig kapitel 6 fertig ach wie soll ich denn da hinzukommen Oh, das sind die Kämpfe, die sind schön. Wenn ich dann noch länger lebe, dann spiele ich beide Kämpfe, aber heute nicht. Das Buch, der macht Stufe 10 oder höher. Das Buch, der macht Stufe 10. Also ich kann die Burge gar nicht angreifen, erobern. Kann ich denn fremde Sachen erobern? Dass wenn ich jetzt hier raufgehe, dann kann ich marschieren. Das wird mir bei denen nicht angezeigt, bei denen auch nicht. Was ist das? Na gut. Ach, die Frage öffnen. Aber fertig kriege ich. Ja. Ja. Weiter. 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 weiter 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 dafür muss schon einigermaßen das richtige ankreuzen glaube ich weiter weiter dort muss lange so gut den könnte ich nicht ergreifen irgendwie ach der ist wieder frei komme ich dahin warum ist das da hat nicht genügend ausdauer ach so dann geh du wieder zurück ich hab gleich geschaut ob ich das überhaupt schaffe ach dann werden wir es jetzt mal erfahren ich glaube schaffe ich nicht der letzte kampf und doch geschafft schön ich habe keine energie mehr also du darfst zurück nach hause nach hause zurückkehren dann gehen wir jetzt in der taverne rein der eine wollte ja den zwerg haben als unterstützung verstehe ich nicht verkaufen hier ist ein aushang entsenden eine minute dauer entsenden na wer von den beiden ist er da da kommt schon kommt schon da dauert zu lange das was passiert ich habe nur gelesen dass er da handeln kann er kriegt das hier wieder in der taverne gehen in der kneibe auch fertig schön entsenden hin und hier da wäre schön ja fast fertig hier ein auftrag ist dann noch da mein ring der wächst und wächst und wächst die macht wird stärker da mal ok ich möchte hier weitergehen ich meine hier werden die dinges die kommandeure dass ich die verstärken kann ein einfordern 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 entsenden geht nur ein ich dachte ich dachte mir zwei wird doch bitte schnell leider nicht was für geschenke habe ich denn hier 93 kann mir noch ein dritter holen mori 800 800 800 punkte für ihn schaffe ich 20 soviel geschenk jawoll okay wir haben einen neuen ich arbeite ich komme ich nicht weiter kommandant mein neuer kommandant ich schon mal ein schwert er kriegt die rüste gimbly muss erwarten wie ist der die bali die bali ich muss erst musik weiter immer weg da dankeschön flaggieren oder stürmen jetzt nehmen wir ihn hier schreiben jetzt schauen wir mal kurz in der basis nach apotheke behandeln und dann müssen wir hier wieder was bauen alle 44 das können wir machen und die kaserne machen wir was mit 30 sekunden wir sind noch am behandeln colt abgabe haben wir gemacht alles voll dann gestalten wir mal seine truppen was kriegt da er kriegt die riesen und er kriegt die wieder reiter ach der kann nur eine das sind zu wenig die kinder nehmen das sind wir dann fußrütter oder axtwerfer ach nimm mal schildträger das ist gut so er hat die schildträger er hat die zwergsoldaten könnte da noch was anderes zu stellen wie sieht das aus mit den riesen passt und bei ihnen stellen wir die axtwerfer dazu oder ach der axtwerfer das hier der zwerg in aufstand geht etwas anderes das ist gut ich kann die sperrträger ausbilden schauen wir mal wen kann ich ausbilden ach nur die zwerge nur noch 48 plätze frei ja dann würde ich mal sagen das war's für heute und ich hoffe dass wir beim nächsten mal die schon wieder tot sind das spiel beenden ticket abholen und ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn aber nichts dabei seid bis dann wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen tschau